Wisst ihr, was ich wirklich hasse? Wenn Frauen sowas sagen. Ich bin nicht wie andere Frauen. Oder sowas. Es ist so schön, meine Freundin zu haben. Ich bin normalerweise immer mit Männern befreundet. Frauen sind so anstrengend. Und der Grund dafür ist, dass ich das früher selber gedacht habe. Wenn eine Frau hübsch und gleichzeitig auch noch intelligent und lustig war, dann habe ich mich minderwertig gefühlt. Ich war neidisch und eifersüchtig, anstatt zu sehen, wie toll sie ist und mich dafür zu freuen. Und wenn man aber selber mit sich zufrieden ist, dann merkt man erstmal, was für Hammerfrauen es gibt. Schaut euch mal um. Wann habt ihr das letzte Mal einer Frau gesagt, wie toll sie eigentlich ist? Ich mach das jetzt mal. Zum Beispiel die YouTuberin Anna Erkenner, die mich zu dem Video hier inspiriert hat. Oder Kati vom Kanal Dominokati. Lizzie von Liz or Lizzie. Lisa vom Kanal It's Coeslaw. Ella von Ella the Bee. Ich könnte ewig so weitermachen. Teilt dieses Video mit einer Frau, der ihr sagen wollt, dass ihr sie bewundert, dass ihr sie toll findet. Das hört sie definitiv nicht oft genug. 수� roadslwynан hat sich immer startup. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.